Servus meine Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Mobile. Ich habe ein bisschen Bock. Ich habe viel Bock auf Requisitenjagd. Let's do it. Okay, auf Crash. Alter, geil. Okay, 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 Leute. Oha, oha, es geht los. Ähm... Fuck. What? Ich werde hier einfach ins Spiel reingeworfen. Okay. Das Spot ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Boah, da hinten wäre auch mega geil im Busch, halt als irgendein... Psch, 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 psch. Alter, ich werde hier in das Spiel einfach reingeworfen. Oh. Okay. Okay. Müssen aufpassen. Fick dich, Bruder. Er geht einfach weg. Das war doch ein Bot, Alter. Okay. Ja, so kann es laufen, ne? Moin, Brudi. Zauber. Mega geil. Sehr schön. Okay, ähm... Äh, ja, wir nehmen die... Warte, warte, warte. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Nein. Ach, scheiße. Gut. Augen zu. Oh, Leute. Sieht zu, alle. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. So, wir gehen direkt gerade durch. Äh... Irgendwo... Irgendwo... Irgendwo in den Büschen. Ich, ich, ich schwöre. Grenade! Grenade aus! Nein? Ja, das ist so ein... Safer Platz eigentlich. Keiner. Na gut, wahrscheinlich war das ein... Ich hab auch kein... kein Dings gehört, kein Pfeifen. Weg da mal. Kommen die hier hoch? Niemals, ne? Bestimmt hier drinnen, oder? Bei denen im Spawn. Nein. Der übertreibt es doch nicht. Was sind auch noch zwei? Oh. Einer noch. Kein Pfeifen gehört. Okay. Warte mal, ich weiß bestimmt wo. Es gibt noch einen guten Spot. Oh, hier gibt es einen richtig guten. Hier hinten drinnen. Das ist der Mega-Spot eigentlich. Hä? Auch nicht. Dann oben. Oben. Der? Nein. Stuhl? Nein. Oben. Hä? Was? Verrasch uns nicht. Hier. Ja, alter. What the fuck? Was war das für ein Versteck? Alter, krass. Ich würde sagen, wir machen noch eine. Direkt hinten ran, die ging relativ schnell. Alter, krass. Gutes Versteck. So, let's go. Wir starten mit der Suche. Hör mal an Augen zu machen, ne? Hör mal an Augen zu machen, ne? Okay. Dreckiger. Dreckiger. Der Ball, der Ball, der Ball. Wollen wir nicht nachgeladen? Der hat der Scheiß-Bot den gekriegt, ey. Warum bewegen die sich? Wie dumm war das von denen? Hier ist ein guter Spot. Der nächste Wissle in 10 Sekunden. Ja, kann man machen. Oh, es gibt gar kein Bot, aber egal. Changing mag. Okay, hier irgendwo über uns. Reloading. Hat er den? Ah, jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn, alles klar. Hier ist nichts. Hier hinten. Wo, 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 wo? Reloading. Cover me. Hä? Hä? Ich seh den nicht. Doch nicht. Nein. Hä? Ich schwör, der ist irgendwo hier. Die Bank, Alter. Die Bank. War das ein Täuschkörper? Nee, jetzt hab ich's nicht gelesen. Die Bank. Oh, wie dem nicht, ey. Okay, hier ist keiner. Einer noch. Ich schätz mal hinten auf den Parkplatz. In 10 Sekunden. Nein. 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 Komm schon. Wo ist der Bruder? Wo wäre denn noch ein guter Spot hier? Hier. Ne, das ist es, glaube ich. Die Blumen. Ich hab hier keinen Pfeifen. Ah, sauber. Sauber. Zweiter Platz. Alles gut. Oha. Was? Was für ne unehrenhafte Scheiße. Ich krieg so ne Scheiße, Alter. Wow. Was haltet ihr davon? Alter. Mega. Ich denke, das bleibt so. Und die werden nicht hier oben reinschießen. Vielleicht hinten rein. Ja. 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 So vielleicht. So. So. Digga, verpiss ich da. Ja. Gott. Geil. Okay. Jetzt müssen wir nur Glück haben. Glück haben. Leute. Wo ist der Ficker? Ja. Er geht weiter. Haha. Geil. Geh hinter uns. Ich glaube, er kommt wieder. Oh, da ist noch einer. Komm schon. Geh weiter. Komm schon. Geh weiter. Die schießen nie. Ja, was macht der? Hey, wie dumm war der? Wie dumm war der? Wie dumm war der? Okay. Scheiße. Jetzt sind wir aber auch echt... Scheiß Stein, Alter. Oh, mega, mega. So bleibe ich jetzt. Next whistle in 10 seconds. Ja, Junge. Das sehen die niemals. Niemals. Hahaha. Wie dumm war der eine? Warum hat der nicht auf meinen Täuschkörper geschossen? Ich hab den so schlecht gesetzt eigentlich. Geh weg, Alter. Bruder. Never ever sehen die das. Never. Geil. Erster Platz, Bro. Komm schon. Das schaffen wir. Ja, Mann. Wir sind die Letzten. Also der Letzte. Du und ich sind die Letzten. Du und ich sind die Letzten. Ne, never ever. Finden die nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, der ist sehr schießfreudig hier hinten. Der macht mir Angst. 15. Verpiss dich. Da war das Pfeifen. Hä, ist doch ein Bot, Alter. Das ist doch ein Bot, der Typ. Oh, oh. Jawoll. Jawoll. Jawoll, Leute. So muss das laufen. Oha. Haha. Geil. Oh, das ist ein mega Versteck noch gehabt. Mega gut. Alter. Bisschen Glück natürlich immer dabei. Puh. Hat Bock gemacht. Macht richtig Bock, Leute. Den Modus kennt ihr bestimmt. Wenn ihr den selber spielt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den findet. Ähm. Boah, Leute. Ich komm nicht. Das ganze Scheiß hier, Alter. So. Ja. Ihr kriegt alle ein schönes Like hier nach oben, ne? Also einen Daumen nach oben. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Erster Platz. Natürlich erster Platz. So. Haut rein, ne? Ciao. Bis nächste Runde.